Am 21. Juni 2015 war ein Geschenk TV für euch live vor Ort in Berlin, wo es beim sogenannten Marsch der Entschlossenen im Rahmen der Aktion Die Toten Kommen auf dem Höhepunkt der Demonstration zu tumultartigen Zuständen kam. Nachdem der Marsch zum Kanzleramt und Reichstag zunächst friedlich und ruhig ablief, kam es am Platz der Republik, welcher eigentlich nicht betreten werden durfte, dann zum Durchbrechen der Absperrzeugen. In der Folge hoben die Menschen symbolisch überall große und kleine Gräber auf dem Gelände aus. Die Polizei zögerte zunächst, versuchte aber dann den Platz zu räumen, was sich aber nicht zuletzt durch einige Sitzblockaden sehr schwierig gestaltete. Nach und nach hat sich der Platz aber dann friedlich gelehrt. Zurück bleiben die Gräber und ein deutliches Symbol. Massiver ziviler Ungehorsam in der Hauptstadt. Zur Aktion Die Toten Kommen hatte im Vorfeld das Zentrum für politische Schönheit aufgerufen. Sehr unschön verlief im Vorfeld eine massive virale Diffamierungs- und Verleumdungsaktion gegen KenFM, in deren Folge sich das Zentrum für politische Schönheit explizit zu einer Ausladung von KenFM hinreißen ließ. Und das, obwohl gerade er massiv zur Teilnahme aufgerufen und aufgrund seiner Reichweite auch etliche Teilnehmer mobilisiert haben wird. Hier haben leider einige den Unterschied zwischen Hetze und Fakten immer noch nicht verstanden. Wir zeigen euch im folgenden Beitrag unkommentiert zahlreiche Eindrücke des Tages, die für sich sprechen. Wir würden sehr gerne ein bleibendes Mahl in der Hauptstadt hinterlassen. Aber das ist uns nun unmöglich. Wir helfen jetzt dem Kanzleramt etwas nach in seiner Abschottungspolitik. Wir fordern auch euch auf, stellt keine Holzkreuze auf, nehmt keine Särge mit, keine Sarg-ähnlichen Behältnisse, keine Bagger, keine Schaufeln, keine Gratlichter, kein Schnellzement oder Presslufthammer, sondern allerhöchstens Blumen, die sich auf der Marschroute zum Bundeskanzleramt nicht im Schutze der breiten Masse festbetonieren lassen würden. Wir bitten euch, völlig ohne jegliche Ironie, geht nicht mit Massenhaft, mit Särgen vor das Kanzleramt. Organisiert euch auf gar keinen Fall selbst. Niemals! Seid nicht ungehorsam! Niemals! Seid brav! Ja, das steht hier gar nicht. Seid nicht kreativ, wie gesagt, übernehmt auf keinen Fall Selbstverantwortung, verselbstständigt nicht die Aktion und errichtet niemals in ganz Europa Gräber in der Öffentlichkeit und erst recht nicht während des Marsches. Auch nicht auf der Wiese des Bundestages oder sonst wo. Bravo! 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 Musik Ich bin heute hier, weil ich meine Trauer und meine Wut zum Ausdruck bringen möchte über den Umgang mit den Menschen, die an den europäischen Außengrenzen sterben. Ich habe das Gefühl, Menschen werden mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen und werden in den europäischen Außengrenzen in Kühlkammern aufbewahrt und in Massengräbern beerdigt. Und ich finde, es ist wichtig, sichtbar zu machen, dass diese Menschen auch Schicksale haben. Und ich glaube, dass sich die humanistischen Werte, die sich Europa auf die Fahne schreibt, in der Flüchtlingsfrage zeigt, wie viel das wert ist eigentlich. Ja, ich glaube, wir wissen alle über die Flüchtlinge und über die Toten im Mittelmeer, aber das ist alles immer nur mengenmäßig, das sind Zahlen. Und ich glaube, dass durch solche Aktionen hier, durch die Toten, auch die Lebendigen in ihren einzelnen Schicksalen bekannt werden und dargestellt werden. Und solche Aktionen machen nachdenklich und mobilisieren. Deswegen bin ich hier. Ja, ich bin heute hier, weil ich der Meinung bin, dass die Menschen auf ein Problem aufmerksam machen sollten, was normalerweise so nicht in der Öffentlichkeit besprochen wird oder veröffentlicht wird. Und da sterben Menschen in Ländern, die Probleme haben, die Länder. Und die kommen hierher, weil die da wahrscheinlich keine andere Möglichkeit mehr haben oder keine andere Möglichkeit mehr sehen. Und insofern, wir sind damit auch ein Stück weit verantwortlich, die westlichen Industrieländer, dass es da überhaupt so abgeht. Und insofern sollten wir schon Solidarität zeigen und auch Flagge zeigen. Wir alle haben Familien oder die meisten von uns und wenn da jemand stirbt, weil solche Umstände nun mal herrschen, dann geht uns das nahe. Aber wenn es andere Familien betrifft, dann sollen wir weggucken und das sehe ich nicht ein. Also wir sind alles eine Erde, eine Menschheit. Und da geht es nicht um Hautfarbe oder Herkunft, sondern es geht darum, dass wir alle irgendwo Gefühle haben und die teilen wir halt alle miteinander irgendwo. Ich glaube, dass die ganze Flüchtlingsproblematik eines der wichtigsten Themen unserer Zeit sind und wahrscheinlich auch eines der Themen, das am schiebsten läuft in der Politik, ist komplett verfehlt. Wir haben jeden Tag, jede Woche, jeden Monat Menschen, die vor den Küsten oder vor den Grenzen Europas sterben müssen. Und von daher glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir uns auch hier solidarisieren in einem dieser Länder, in denen nie Flüchtlinge direkt ankommen und wir hier heute ein politisches Zeichen setzen. Es ist ganz wichtig, dass so viele Leute heute gekommen sind, trotz der Auflagen, die gemacht wurden für die Demonstrationen, trotz der Unklarheit, was überhaupt heute hier gemacht werden kann. Und ich glaube, es ist nochmal eines der wichtigsten Signale, dass wir an die Politik senden können, dass wir das nicht akzeptieren, dass wir mit den Menschen vor den Toren Europas auch sympathisieren und dass wir hier was ändern möchten. Wir stehen hier mit euch allen, um denen zu sagen, guckt mal, wir haben echt ein Problem. Das wird nicht mit Geld gelöst, weil das Geld woanders gelegt wird. Das wird durch uns gelöst. Was wir gerade zu sagen haben, das werden wir gleich denen sagen. Ich wollte mich nur bei euch allen bedanken, dass ihr hier seid. Das ist unfassbar toll. Das haben wir nie vorgesehen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kein Mensch ist illegal. 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 Die Welt ist illegal! Leiberecht, überall! Geht, nehmt, nehmt, nehmt! Geht, nehmt, nehmt, nehmt! Say it here! Refugees are welcome here! Eine Mauer, seine rechte Hande und auf Dauer! Ein Kielprest! Ein Kielprest! Oh la la, oh eh eh! Solidarité, avec les Sants-Papiers! Oh la la, oh le ne, so die Marität, nach der Hausarbeit. Oh la la, oh le ne, so die Marität, nach der Hausarbeit. Die Mauer kommt weg, die Mauer kommt weg. Die Mauer kommt weg. Wenn Sie sich runter und vor allem schlägen, wenn Sie mich nicht mehr präsentieren, wenn Sie mich nicht mehr willkommen willkommen. Auf, auf, auf! Blut! Blut! Blut auf deine Hände! Blut! Blut! Blut auf deine Hände! Hau, 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 hau! Hau, hau, hau! Hau, hau, hau! 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 über die man viel gelesen hat. Geht es immer weiter? Habt ihr schon neue Ideen? Also das ganze Flüchtlingsthema ist ja keines, was sich von alleine erledigen wird. Von daher werden wir auch sicherlich zu diesem Thema weiter aktiv sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.